Musik Herzlich Willkommen hier in Hohen Mölzen Eigentlich wollte ich nie Sänger werden, bis irgendwann mal jemand gesagt hat, sing doch mal was Wir sind ja hier in Hohen Mölzen, um das neue Album fertigzustellen und es macht riesig Spass und ich hoffe, dass es mit der Musik wirklich auch so weitergeht und dass wir hier bald in der Nähe des Burgenlandkreises spielen können. Mit DJ Bobo hatte ich die Ehre, letztes Jahr zu turnieren im Rahmen der Westeuropa-Tournee. Es war sensationell, allerdings musst du als Künstler lernen, mit Kritik umzugehen. Mit positiver wie auch mit der überwiegenden negativen Kritik. Und dank DJ Bobo kann ich jetzt mein neues Album mit meiner neuen Show starten, planen und produzieren. Wir haben eine Megabühne, 10 Meter hoch, 10 Meter breit, 8 Meter tief, mit einem Laufsteg von 4 Metern ins Publikum rein. Wir haben natürlich Stars auf der Bühne, zum Beispiel Captain Hollywood, der Legendäre, der Eurodance überhaupt erst nach Deutschland gebracht hat. Als nächstes werden wir das Album Die Chance veröffentlichen, welches wir hier gerade im Studio Hohen Mölzen produzieren. Und deshalb bin ich extra für zwei Wochen hierher gekommen aus der Schweiz, um dieses Album zu machen. Ja, im Burgenlandkreis ist es sehr schön. Und deshalb, da hier die Verbindung schon seit über sechs bis sieben Jahren geht. Und ich auch das letzte Musikvideo zu meinem Lied Liebe kommt immer zurück, auch bei der gleichen Produktionsfirma aus Hohen Mölzen produzieren durfte. Wir haben die Stern-CD ins Leben gerufen, weil es natürlich ein, erstens ein Megahit war im deutschsprachigen Raum und zweitens eine geniale Idee, um für jeden ein sensationelles Geschenk zu machen. Und seiner Partnerin, seinem Chef, seinem Nachbarn, seinem Kollegen, wie auch immer. Und dann heißt es eben nicht, einen Stern, der keinen Namen trägt, sondern einen Stern, der Silkes Namen trägt. Also insgesamt in Ostdeutschland war der Erfolg für mich am grössten. Und ich schätze das sehr und wir drehen natürlich zur neuen Single auch das Video hier im Osten Deutschlands. Hier ist es wunderschön und die Menschen sind sehr, sehr nett. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für die große Unterstützung. Vielen herzlichen Dank.